Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fiesta Online im Eierdrudeln und ähm, ja die quatscht mal wieder. Geh doch weg. Witzigerweise, ich bin im Team mit Master und Jenny, die sind hier auch mit dabei, aber nicht mit dabei, ne, wisst ihr wie ich meine? Also die sind da, da, renn da rum. Und, ah ja, ich hab's gesehen. Hallo, Schatz. Und, ähm, guck mal, hier bei dem Hühnchen, oh, was, wieso greifen die den denn an? Oder? Wusste man den angreifen die ganze Zeit? Ich weiß gar nicht, bei den letzten Malen hat man den nicht angegriffen. Da hat ihn kein... Gar nix, du sollst einfach bloß an den komischen Eiern hier, an den goldenen, musst du mal gucken, irgendwo klitzern so goldene Eier raus. Und da musst du sammeln, bis du 300 hast ungefähr. Also du kannst bis 100 oder 150 sammeln, gibst die ab. Die zählen nicht als komplettes, also die zählen nicht als 150, äh, Eier, wenn du 150 sammelst. Ich glaub, da zählen dann bloß 50 oder so. Ah ja, jetzt steht er ja wieder da vorne. Okay. Weil wenn der da, da vorne ist, ist das Ganze vorbei, ne? Also wenn der dicke, äh, Imp da bei den Eiern vorne ist, dann ist die ganze Kingdom Quest vorbei. Hab mich eben schon gewundert, warum der sich bewegt. Also ich hab schon 30. Master, du, Angeber, du, bleib mir fort mit deinem Inferno, du kochst dir meine Eier. Hört sich komisch an. Hä? Wenn du die auf dem Strich, ne, öffnest, dann kriegst du immer zwei, ne? Das weißt du. Okay. Achso, die Leute, äh, nicht wundern. Ihr hört Jenny natürlich nicht. Nein, geh weg, was ist das? Hau ab! Achso, hi, Schatz. Ich bin hier. Ja, du musst hier keine suchen. Wenn die Plätze reserviert sind, sind die Plätze reserviert, dann brauchst du nicht sammeln. Muss man hier ein bisschen leiser wieder machen. Also nicht wundern, Jenny sitzt ja hinter mir. Also ich hör Jenny, ihr hört Jenny jetzt leider bloß nicht, dass, also, nicht durcheinander kommen oder so, ne? So, ein bisschen die Musik wieder angemacht. Wie schon in der letzten Folge gefragt, ob die Musik erwünscht ist. So, ich mach jetzt noch die hier voll, die 60 und geb dann erst mal ab. Und will dann mal gucken, wie viel da noch übrig sind. Oder wie viel zu H bringen. Hoffentlich ist das nicht wieder verbuggt, da könnte ich kotzen. Okay. Kann nicht sein, aber okay. Ach, der andere hat eben auch abgegeben. So. 400 fehlen noch, 400 Eier. Aha. Ja, ich war eben am überlegen, ob ich hinten ins Eck gehen soll, aber eigentlich will ich da nicht so weit weg. Sauber. Ja, wir haben ja noch 10 Minuten Zeit, das ist ja locker zu packen hier. Und die Geschenke sind halt auch so toll. Du, 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 du. So. Ach, siehst du mal, sogar schon fertig. Krass. Jo. Das ging rasend. So, dann haben wir hier schon das erste Geschenk drin. Oster Kingdom Quest. Yay. 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 Da freue ich mich. Jetzt erst mal wieder zu... Wir öffnen das gleich mal, ne? Oh, was habe ich denn hier? Osterhasen Rucksack. Hey. Die Hasen Mütze. Und Mini Osterhase permanent. Soll ich mal gleich weiter in C? Ähm, ja, können wir gleich machen. Direkt in C rein. Teilnehmen. So. Guck mal, ich habe einen permanenten Osterhasen. Oh, das ist kein Osterhasen, das ist ein Küken. Aha. Und noch eine Boosterkarte. Geile Sache. Äh. So. Ich cutte mal hier nochmal. Bis dann, äh, die C anfängt. Also, bis gleich. Und da sind wir schon wieder bis zur zweiten Runde. Also, los geht's mit der zweiten Runde nicht. Bis zur zweiten Runde. Also, ihr wisst schon, ne? Alles gut. Alles easy. Äh. Ich glaube, ich werde mal die Position wechseln. Ich werde mal nach hinten gehen. Ach, nö. Immer dieses lange Gequatsche. Janine Master immer noch schön dabei. So. Gibt es hinten überhaupt Eier? Ach, da, ja. Okay. Bei dem schlafenden Riesen. So. Ist leider kein Sammelpad, muss ich sagen. Ist nur ein normales, äh, Schulterpad. Na, weißt du wohl. Aber ich finde das voll cool. Also, die ist echt extrem easy. Also, man muss hier kaum was machen eigentlich. Du sammelst die ganze Zeit nur und kriegst dann trotzdem voll das geile Zeug. Und ja, ich finde das Zeug geil. Auch wenn es teilweise bloß ein Tag ist, ist ja trotzdem. Ich meine, ich habe jetzt ein permanentes Tier an der Schulter. Das kostet normalerweise so um die 2.000 bis 3.000 Taler. Aber ich denke, wenn ich, äh, wenn ich Sachen einen Tag sehe, dann kann man es ja auch mal, äh, ohne schlechtes Gewissen einsetzen. Und wenn sie nach sieben Tage gehen in der Aufnahme, ne? Das sehe ich genau so. Äh, Jenny sagt gerade, ich weiß halt nicht, wie weit man das hört, ne? Dass, ähm, man kein schlechtes Gewissen haben braucht, wenn man nur eins, wenn man so einen Teil für einen Tag einsetzt, als wenn man direkt mal eins für sieben Tage einsetzt. Weil man ist ja nicht sieben Tage on mit dem Jar, wo man aufnimmt, ne? Ich muss das immer so ein bisschen wiederholen, denke ich mir. Wahrscheinlich voll unnötig. Vielleicht hört ihr ja Jenny voll gut sogar. Und, ähm, ich mache das voll unnötig hier. Aber egal. 40 Eier habe ich schon mal. Ich werde mal sammeln, bis es nur noch 10 Minuten sind und dann laufe ich nach vorne. Und, Schatz, hast du einen schönen Platz gefunden, wo du sammeln kannst? Ja, das ist schön. Da freue ich mich. Ich kann heute voll die lange Aufnahme-Session machen, ne? Fällt mir gerade so ein. Hm? Ich habe Urlaub. Ich kann es so lange aufnehmen, wie ich will. Nicht unbedingt Fiesta, aber... Also, doch schon, aber nicht nur Fiesta. Ist dir eigentlich klar, Schatzi, dass du in 2 Stunden und 16 Minuten Geburtstag hast? 3 Stunden und 16 Minuten? Nee. Du hast recht. Das sind 3 Stunden. Wie konnte ich mich da eben verrechnen? Ich schäme mich. Ich habe dir sogar was gekauft, ne? Ja. Ja. Ein Besen. Damit kannst du endlich mal wieder wegfliegen. Wie fliegt. Ach, guck mal, 114. Dann gehen wir doch gleich mal ab. Dann können wir... Dann ist die Quest... Da ist das Ganze ja auch schon beendet. Also, ja, kannst alle abgeben und dann... Zack, fertig. Läuft bei uns. So, was hat man jetzt bekommen? Jetzt müssen wir auch nochmal reingucken. Und... Wir haben nochmal einen Kostüm, einen Booster und nochmal einen Rucksack. Ich hatte ja... Ich bin ehrlich, ich hatte ja jetzt wirklich auf so einen Ring gehofft, ne? Hm? Hm, das ist doof. Egal, dann haben wir halt zwei von den Kostümen. Das macht ja auch nichts. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz nach Uru. So. Jetzt... ...komme ich mit. Weil Master möchte uns noch irgendetwas geben. Ich weiß bloß nicht was. Wo ist... Wo ist denn... Ah, da. War das jetzt vom Master? Warte, hat er das eben gepostet? Keine Ahnung. Achso, ja, Alter. Da. Hallo. Achso. Kann er das jetzt verkaufen? Ne, kann er nicht verkaufen. Er will jetzt angeben. Oh, was ist denn das? Einschüchterung? Kann ich mir gekriegen, dass ich das hab? Was ist Einschüchterung? Passiv? Ne. Einschüchterung? Ach, Einschüchterung. Ah, okay. Fähigkeit, Doppelschwerter, okay. So, okay, jetzt gucken wir mal... Ah, da ist Master, okay. Dann zeig mir mal, was hast du denn Schönes für mich? Hey. Okay, wir akzeptieren. Hübsch. Danke. Da freu ich mich. Wir haben neue Schwer... Achso, ich hab ja eigentlich Klingen. Warte mal. Wie stark? 100 da? So, so, so. Ah, ja, okay, das ist schon ein krasser Unterschied. Die leuchten so schön, das ist doch schön. Hier, so, zack, 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 zack. Dann muss ich allerdings das hier ein bisschen umstellen. Ähm, K. Einschüchterung, das muss dann hier hin. Ja, genau, so. Okay. Einschüchterung, geht. Alles drin. Gut. Aber, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sagen wir mal Tschüss, haut rein. Bis zum nächsten Mal.